Woher weiß ich, ob ich allergisch gegen Staub bin? Eine Allergie ist eine Erkrankung, bei der der Körper einer Person überempfindlich ist, so dass der Körper nach dem Kontakt mit der Substanz unangenehm reagiert. Staub kann als winzige Schmutzpartikel und Materie definiert werden, die leicht genug sind, um ein feines Pulver zu sein. Menschen, die gegen Staub allergisch sind, können Symptome wie laufende Nasen, tränende Augen und Niesen haben. Der Körper ist so aufgebaut, dass er sich gegen Eindringlinge wie Bakterien, Viren und andere Fremdstoffe, sogenannte Antigene, wehrt. Der Körper produziert Antikörper gegen Antigene. Ein Antigen, das eine allergische Reaktion hervorrufen kann, wird als Allergen bezeichnet. In diesem Fall ist Staub ein Allergen. Menschen, die gegen Staub allergisch sind, produzieren EEG-Antikörper, die den Staub angreifen und zu einer allergischen Reaktion führen. Staub ist nicht einfach ein winziger Schmutz. Die Partikel können andere Substanzen wie Staubmilben, tote Staubmilben und Staubmilbenkotematerial enthalten. Hausstaubmilben, die der häufigste Auslöser für Stauballergien in Innenräumen sind, gehören zu derselben Familie wie Spinnen und Mücken. Milben leben etwa 30 Tage und produzieren bis zu 20 Mal täglich Abfallprodukte. Eine Frau kann Eier legen, die im Laufe ihres Lebens 20 bis 30 neue Milben ergeben. Ein weiterer Fehler, der eine Person allergisch gegen Staub machen kann, ist die Schabe. Kakerlaken müssen nicht gesehen werden, um ein Problem zu sein. Der Speichel, die Körperteile und das Sekret können bei manchen Menschen zu allergischen Reaktionen führen. Schimmelpilze wie Aspergillus und Penicillium können sowohl draußen als auch drinnen wachsen. Wie scharben müssen diese Schimmelpilze nicht unbedingt sichtbar sein, um eine allergische Reaktion auf Staub zu verursachen? Schimmelpilze vermehren sich durch Spuren, die leicht genug sind, um in die Luft zu gelangen. Diese Spuren können dann auf den Oberflächen wachsen, auf denen sie landen, wodurch mehr Schimmel produziert wird. Menschen können aufgrund von Tieren auch stauballergisch sein. Tiere scheiden Haar- und Hautpartikel aus und produzieren Huren und Speichel. Katzen und Hunde sind die häufigsten Täter bei Tierallergien. In der Tat sind Katzen Allergiene, die an der Kleidung haften können, der häufigste Grund, warum Menschen in Schulen allergisch auf Staub reagieren. Nicht nur Katzen und Hunde können allergische Reaktionen verursachen. Warmblütige Säugetier-Allergene in Staub können allergische Reaktionen auslösen, einschließlich Allergene von Meerschweinchen, Hamstern und Mäusen. Ein Arzt kann die genaue Ursache einer Allergie feststellen. Der Arzt kann eine körperliche Untersuchung durchführen und Fragen zur Krankengeschichte der Person stellen. Darüber hinaus kann der Arzt einen Hauttest oder Blutuntersuchungen anfordern, um die Ursache der allergischen Reaktionen festzustellen.